Madame, Lord Descoin, Descoin ist nichts bekannt von der Existenz Ihres Sohnes als einem Mitglied der Descoin-Familie. Das ist sehr dumm von ihm. Du könntest eines Tages Herzog von Scherrfond werden. Die Descoins waren auch das größte Hindernis zwischen mir und meinem Geburtsrecht. Ich wünschte Ihnen am liebsten, dass alle zwölf morgen noch sterben. Plötzlich hatte ich eine glänzende Idee. Was konnte ich Ihnen nehmen? Mit Ausnahme vielleicht des Lebens. Mein verstorbener Sohn. Eine Tragödie. Es würde mich nicht im geringsten wundern, wenn du sie alle ermordet hättest. Fast könnte man glauben, dass ein Fluch auf unserer unglücklichen Familie liegt. In der Tat, so scheint es. Es dauerte nicht einmal drei Minuten, um statt Paraffin Benzin in die Dunkelkammerlampe zu füllen. Was ist denn? Ach nichts. Da hinten wird wohl nur welches Laub verbrannt. Rede keinen Unsinn, Louis. Was kann es mir schon schaden, wenn ich ab und zu mal ein Gläschen trinke? Man schläft auch leichter ein. Sie rauben mir die Worte. Darauf müssen wir trinken. Ich werde vielleicht Herzog sein. Wer es glaubt, wird selig.